Leute, was geht am Start? Zu dem Skill ist am Start. Heute wieder ein neues Video und zwar, wir spielen heute eins der ältesten Modis überhaupt in Fortnite und zwar, ich werde euch nicht verraten, um welchen Modus es sich handelt, aber es ist einer der krassesten Modis, nämlich ihr könnt wirklich am meisten Kills in diesem Modus überhaupt machen, es ist wirklich geistenskrank, also schneller, mehr Kills geht nicht. Wir machen hier heute mal eine Solo-gegen-Squad-Action, weil ich glaube, die anderen landen jetzt hier in Mega-City, ja, ja, oder, oder lass mich da alleine, ey, Bro, lass mich doch hier nicht alleine, ja, okay, gut, okay, das wird jetzt eine sehr, sehr schwierige Round werden, weil das ist auch das Lustige irgendwie bei dem Modus, es landen alle am gleichen Ort und am gleichen Ort ist die gleiche Stadt gemeint, nämlich die erste Stadt, die gesehen wird, da landen einfach alle und wir, nein, nein, okay, wichtig, 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 Bro, das ist so wichtig, Leute, das ist so wichtig, was wir hier haben, wir haben nämlich eins der stärksten Waffen in Fortnite überhaupt und zwar, das ist nämlich diese Schrotflinte, die ich gerade in der Hand habe, wer kennt sie noch, die wurde ja damals nicht umsonst rausgenommen und ich sag euch, oh, okay, okay, wir haben nicht nur die stärkste Schrotflinte, sondern, warte mal, ist der hier unter uns oder was, okay, der ist unter uns, glaube ich, Bro, so, sorry, Bro, da muss ich mal kurz klären, die Situation, Ja, einer ist noch unter uns, gut, der wird wahrscheinlich auch cool Ah, okay, okay, er will diese Filme machen, kann er machen, kein Problem, soll er machen, soll er sich hier verstecken? Huh, hey, Bro, das ist aber nicht sehr nett, was die hier machen Das war's mit dir, Kollege So, noch einer, das ganze Team hier, wo ist der andere? Hier wird gleich noch einer kommen Oh, da kommt noch, siehst du, da kommt noch der Nächste Weg mit dir Oh, jetzt wollen sie mich pushen hier beide Interested, Leute, interested Ich muss hier ein bisschen auf der Hut sein Ist halt ein ganzes Squad auf mich, ne? Bisschen ärgerlich, aber ich werde jetzt die ganze entspannt hier oben chillen Bro, kommt der jetzt rein hier oder? Guck mal, wie die hier campen Ich würde ja was machen, Leute Aber was soll ich machen, so sind halt doch zwei Leute Und die haben wahrscheinlich Ja, die haben wahrscheinlich gleich noch mehr Freunde Dann kommt auch noch einer, guck mal hier Ist der abgehauen? Weg mit dem Hey, warum gehen die alle auf mich? Okay Er will wiederbeleben. Oh, um Gottes Willen, Bro. Hier, einer ist down. Der hat mir den... Ich muss weg hier. Bro, er ist doch nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Aber es macht jetzt keinen Sinn, gegen hier zehn Leute zu fighten. Also es macht schon Sinn. Aber nicht, wenn ich kein Leben habe. Deswegen... Oh, nee, das ist auch ein ganzes Team. Neben uns. Müssen wir mal kurz leider einen taktischen Rückzug machen. Ah, nicht getroffen. Schade. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen ausrüsten. Die anderen sind ja leider nicht. Ich bin ja hier auf mich alleine gestellt. Schade, jetzt bräuchten wir eigentlich Pizza-Party. Aber das Gute ist, in dem Modus relativ einfach Schild zu finden, wenn man dann auch mal eine Kiste findet. Und ihr seht auch, was vorne. Guck mal hier vorne. Was hier vorne ist. Ich brauche, wisst ihr, was ich jetzt noch brauche? Eine schöne MP. Und dann können wir nämlich schön W keyen und einfach in die Gegner rein. Und dann war es das nämlich auch schon gewesen. Dieser Modus, ich sag euch ehrlich, ist leider jetzt... Es spielen nicht mehr so viele Spieler. Ich glaube, so on top am Tag spielen das so 5000 Leute live. Also ist schon gut. Aber er ist sehr in Vergessenheit geraten. Und deswegen bringt Fortnite wahrscheinlich auch keine Limited-Time-Mods mehr rein. Weil sie irgendwie leider bei den Spielern nicht mehr ganz so beliebt sind. Aber mir macht er trotzdem noch Spaß. Vor allem, man hat halt hier die ganzen alten... Äh... Hat er mir gerade einen Ghost-Hit gegeben. OP-Sachen dabei. Okay, da vorne ist noch mal... Oh, okay. Der hat mir, glaube ich, gerade einen Ghost-Hit gegeben. Kein Ding. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Wo ist der Kollege, der mir hier Ghost-Hit gibt? Schieß doch rauf. Schieß doch! Ah, der kommt vor mir. Okay. 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 Bro, was... Also... Ich sag mal so, die Leute können viel machen, aber gegen diese Schrotflinte kann sich keiner anlegen. Also, da würde ich lieber abhauen. Bin ich euch ganz ehrlich. So, jetzt haben wir hier auch noch eine gute MP einmal. Ein gutes Gerät zum abhauen. Und jetzt kümmern wir uns um die Kollegen, die mich gerade ein bisschen geärgert haben. Warte mal, ich geh mal hier kurz in den Chat rein. Gucken, was die Teammates hier machen. Gucken, ob die reden hier. So, komm, ich geh mal rein hier. Junge, wo seid ihr denn gelandet? Ist hier überhaupt jemand im Chat drin? Hallo? Mayday, Mayday. Ja, super. Die machen da... Aber die sind... Ah, okay. Die sind aber auch nicht schlecht, Leute. Wir haben insgesamt schon acht Kills als Team. Und die sind... Guck mal, hier ist einer. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Habe ich ihn? Oh, ich wollte gerade sagen. Yo, Stani! Yo, was geht, Bro? Wo seid ihr denn gelandet? Ja, sorry. Ey! Ey! Oh, Digger, du... Was denn? So, mein Traum. Alter, als ob ich in deinem Game bin. Ja, warum zockst du überhaupt hier Pumus Gold? Hier auf Oldschool oder was? Ja. Geil. Oh, hier bei mir sind welche. Ey, du bist... Oh mein Gott, ey. Ich bin gerade voll ausgerustet. Mein Monitor ist fast umgekippt. Was? Oha! Ja, ich hab voll auf den Tisch gehauen. Oha! Ah, ich wurde gestalt! Nein! Hilf mir! Warte, ich seh dich. Ich hab sogar noch dein Live gesehen gestern mit dem Dings-Car. Oh, oh, warte mal. Da vor mir ist noch einer. Ah! Scheiße. Hier pusht einer, hier pusht einer. Ja. Ich bin halt dead, sorry. Du said? Okay, kein Ding. Können wir uns nachher nochmal spielen? Äh, wow, 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 wow. Warte. Alter, mein Traum ist endlich wahrgewohnt. Oh mein Gott. Hier, Bros, sieht's hier ein bisschen eng aus. Schau mal kurz ab, einmal. Alter, wie hast du es eigentlich geschafft, Level 596 zu werden, hä? Ja, Bro, den ganzen Tag Fortnite gespielt. Oha! So, ich werde dich jetzt erstmal holen, ja? Ja. Aber ich glaube, die Kartenzeit ist hier nichts. Ah, du bist ja hier direkt neben mir, ne? Sind die da noch? Ja, ich bin grad gelockt. Sind bei dir noch gegen, oder was? Ne, ne. Ne, jetzt kommt nicht. Okay, sehr gut. Warte kurz. Oh nein, ey, du bist nicht down! Okay, er kommt wieder, er kommt wieder. Warte, 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 ich komme. Stanley! Aber ich kann deine Karte ja eh noch holen, Bro. Ich kann deine Karte ja eh noch holen. Ah, die fighten gerade, ne? Ja, ja. Schnell, 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 schnell. Zwei, 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 zwei. Oh mein Gott. Risiko, Risiko, Risiko. Wir schaffen es. Renegade Rider! Renegade Rider! Oh, Bro, das ist gut. Du hast 1 AP, oder? Zwei. Zwei, 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 zwei. Krank. Krank. Komm, okay, bisschen Rückzug hier. Ey, geil, ich, 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 ich sehe ja immer deine Videos und so. Von Minecraft und so. Manchmal auch Fortnite. Du spielst ja auf Xbox-Controller, aber spielst du auf PC so? Hast du verbunden? Ja, ja, ich spiel mit PC, Bro. Jeder spielt auf PC. Der spielt dann auch auf Konsole. Spielst du Konsole, ne? Ne, ne, ich habe eine Switch und so. Früher habe ich damit angefangen, ja, aber... Ah, und wo spielst du jetzt? Jetzt spiele ich PC. Ich habe einen PC immer zu Weihnachten bekommen. Ah, geil, ja, Bro, PC ist halt tausendmal besser wegen FPS und so, ne? Ja, ja, und Performance-Mode auch noch, das ist auch noch geil, so. Ja, gut, Performance-Mode spiele ich jetzt nicht so, weil ich finde Performance-Mode ist geil, aber, ähm, ich finde, das sieht irgendwie nicht mehr schön aus. Okay, komm, wir gehen mal hier nach vorne. Also, wir müssen auf jeden Fall die Runde hier gewinnen. Das wäre schon Highlight. Ja. Das sind eigentlich, manchmal sind hier nicht so gute Gegner drin, aber der eine ist hier auf jeden Fall spitzer ein bisschen. Dann können wir nachher noch eine Runde spielen. Ja, mal gucken, vielleicht wenn wir gewinnen, dann können wir noch eine Runde spielen. Rauchst du 50er? Ich weiß nicht, ob du... Komm mal hier. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass ich ein TikTok-Video gepostet habe. Ich habe dich markiert. Ach. Ja. Ja. Ja, ich bin halt so ausgerastet, habe einfach direkt ein Video aufgenommen für TikTok. Sehr gut. Oh, vor uns, vor uns, vor uns. Oh Gott, wir haben die beide Lobo. Extra-Mobow für dich. Perfekt, besser geht's nicht. Ja. Natürlich fölsch' dir auf alle Kanälen. Nein, 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 hab ihn, hab ihn, hab ihn, da ist noch einer, vor uns. Guck mal, der ist afkar, der ist afkar. Bro, nice, Junge. Ey, ich hab keine Mets mehr, lass mich mal ein paar Mets liegen, wenn's geht. Ja. Okay, ich glaub, die hatten auch nicht mehr... Das war eigentlich auch keine Mets, aber die hatten auch ein paar Mets mehr. Für meinen Bruder Stani mach ich das doch. Ey, Ehre, Ehre, Ehre. Hast du mich direkt erkannt, oder was, hier in der Lobby? Ja, wegen des hab ich mich die ganze Zeit direkt geduckt, da, wo ich vorgebe. Ach so, ah. Ah, ja, weil... Ich hab schon gedacht, ja, wieso redet er nicht? Musst du nicht in die Schule? Nö, ich, äh... Ich, äh, wie sagt man, ich bin in Frankreich. In Frankreich? Ja. Wie, was machst du denn in Frankreich? Getrennte Eltern haben umgezogen. Ah, okay, krass. Dann hab ich halt zwei Wochen Osterferien. Zwei Wochen. Zwei Wochen haben die hier in Deutschland auch, aber die waren wahrscheinlich schon dann. Also, es kommt drauf an, weil meine Schwester zum Beispiel, also meine Halbschwester, die wohnt in Deutschland. Und, äh, die hat aber nur eine Woche gehabt. Ah, ja, ist unterschiedlich, unterschiedlich. Ich glaub, manche haben zwei Wochen, manche eine Woche. Und, äh, kannst du auch Französisch? Ja, fließend. Soll ich dir mal sagen? Also, sag mir einen Satz, den ich dir sagen soll. Sag mal, ich spiele heute mit Study Fortnite. Ja, okay. Ähm. Ähm. Ja, okay. Hä? Junge, warte. Sag mal, sag mal, sag mal. Sag mal, sag mal. Ey, ich kann auch Französisch, ne? Ça va? Oui, toi? Je m'appelle Philippe. Ha? Je m'appelle Maximilian. Haha, aber sagst du mal in Französisch? Top, oder? Ist geil, ist geil. Ja. Ja, ich hatte damals auch Französisch, also, äh, Dings, also, ein oder zwei Jahre. Und dann wurde ich rausgeschmissen. Miese Zeiten. Weil ich zu schlecht war in Französisch. Und ich war mir auch zu kompliziert gewesen, sag ich ehrlich. Ja. Aber wie ist so in Frankreich zu leben, so? Ist nice, aber teuer. Teuer, ja? Ja, äh, vor allem, wir wohnen ja jetzt in so einem Dorf, keine Stadt. Und, ähm, da hast du so einen Expressladen, so, weißt du? So schnell einkaufen gehen und so. Da habe ich letztens ein Müsli gekauft, Kelloggs. Äh, für neun Euro, eine kleine Packung, 200 Gramm. Oha. Ey, guck mal, der macht Skybase. Wollen wir auch Skybase machen? Ah. Er ist runtergefallen. Ah, schade. Ist er dead? Er ist dead! Nein. Der arme. Aber du hast die nicht... Da kommt noch einer. Oh, oh, warte. Hinten. Hier vor mir, oder? Ja, ja, hier vor mir. Hast du Luftikuss? Nee, ne? Nee, nee. Hab ich Luftikuss? Ja, ich hab Luftikuss. Warte, du könntest diesen 3D-Apparat holen. Dann könntest du auch Skybase machen. Oh nein. Oh, ja, okay. Ich werd gepusht, ich werd gepusht. Drei Leute. Komm mal, komm mal, komm mal. Warte vor mich. Ich rette dich. Mein Bruder. Ich hab hier einen. So. Ich muss halt mal den holen. Ich bin jetzt viel geil. Geil, ich kann mich nach 3D in deinem Content. Mit ganz vielen alten Fortnite-Videos und so. Bro, ich hab dich schon so lange. Bro, das waren noch geile Zeiten. Seid ehrlich. Ob er euch hält hier, oder? Ich glaub, da war ich sogar noch neun. Deiner, gute Hits. Wenn ich mir nicht ehre. Hast du den Puschen? Nice, nice, nice. Hier sind aber noch welche. Oh. Runtergeschossen. Ich muss mich heilen, Stani. Auf mich. Ich hab Goldrank. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin gleich tot. Der eine ist low, der eine ist low. Der eine ist low. Ich heil mich, ich heil mich. Oh Gott, Bro. Oh, ich hab keine Mets. Hab keine Mets. Wo ist Golda? Nein, stimmt nicht. Ich komm, dich retten. Wo bist du? Bro, man, ich hab so wenig Mets in dem Modus irgendwie. Ich check's auch nicht, ne? Der eine haut ab, der eine haut ab. Ich hab mal Chip Break. Stark. Ist der über uns noch, oder was? Ah, bei mir! Komm, 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 komm. Wo bist du, bist du? Lieber mir, ne? Ich muss runterkommen, muss runterkommen. Ja, ich komm runter. Ich komm runter. Hä? Der ist runtergefallen. Einer ist runtergefallen. Einer ist runtergefallen. Ich hab hier einen. Einer ist worden, der Auraskin ist one, der Auraskin ist one. Der haut ab, der haut ab. Der haut ab. Der haut sich da hoch, der ist one, der Auraskin. Bei mir ist noch einer, 61. Komm her. Wieso spielt hier denn immer diese Sprayer Pump, hä? Einer ist down? Ja, dieses Sprayer Pump ist OP, Bro, das ist stärkste Waffe. Der eine, auch was bist du. Okay, der Auraskin ist so. Wenn du eine siehst. Das ist, äh, die absolut stärkste Waffe. Ne, weil ich spiel grad mit meiner Favorite Pump, die Donner. Ja, die Donner ist auch geil, aber ich sag dir, diese Sprayer Pump ist zu krank, Bro. Guck mal, hier unten ist noch eine. Komm mal mit. Einer hab ich hier gedaunt. Hier, hier, hier. Tankstelle, Tankstelle. Komm mal, komm mal, komm mal. Ich geh an der Seite hier rein. Mach das. Er geht von hinten durch. Also, hinten, ne? Hab runtergeschossen. Okay, nice. Bro, boah. Nehmen wir uns hier auch noch welche. Wo, wo, wo? Hä, die haben sich geheilt hier hinter uns. Ah ja, hä? Hä, wie denn das sind wir noch alle down? Was ist, hä? Ah, warte, ich glaub hier. Ne, hä? Wo sind die? Da, bei mir. 2,50er. 2,50er. Down, 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 down. Da war aber noch einer hier. Der kämpft hier. Wir müssen in den Sieg holen. Ja klar, wo wir in den Sieg. Ich will noch ne Runde mit dir, du bist mein Bruder. Ich kenn dich schon so lange. Ha, 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 voll der Dub hier. Voll der Dub. Ey, der hat Royal Bomber. Ja, ja, das meinte ich ja. Oder, hieß da nicht, Bright Bomber? Ne, ne, das Bright Bomber war so ein anderes skin gewesen. Das war Royal Bomber. Über uns ist noch einer, der ich gerade mit links hochkomme. Ja, ja. Ich komme mit hoch. Ich glaube, der hört ab. Der hat Angst, der hat Panik. Der hat Panik vor der Stream Team in Puges Gold Modus. So, wo ist der hin? Ich habe das abgehauen. Ne. Links. Ja, links, links, links. Geht der? Ja, ja. Ich stehe hin. Warte, ich probiere mit Sniper. Wenn ich ihn jetzt treffe... Ah, fast. Hier gibt es keine Eier und so, ne? Doch, doch, gibt es. Die von der Season und so. Ich habe gute Metz, ich habe gute Metz. Aber du hast keinen, hast du dieses 3D-Manöver-Gerät, ne, ne? Ne, ne, ich habe nur Metall nur noch. Okay, ich probiere Skybase zu bauen. Aber mach du nicht, ist zu risikoreich. Wenn du auch machst. Ja. Guck, hier ist eine Eier. Ah, geil. Okay, ich bleib dann unten. Zack. Und was findest du besser? Deutschland oder Frankreich? Boah, Deutschland natürlich. Ja? Krass. Ja. Warum, was ist so besser in Deutschland? Keine Ahnung, auch allgemein so, wie sagt man? Keine Ahnung, Frankreich auch, was Freunde angeht. Oh, Digga. Ne, Frankreich so ghetto-mäßig so. Ah, okay, also hast du doch nicht so gut Anschluss gebildet. Wie lange wohnst du jetzt in Frankreich? Oh, seitdem ich 3 bin oder sowas. Ah, krass. Ne, aber weil in Frankreich immer, wenn ich welche meine Schule sehe, die ziehen sich an wie ein Ghetto. Als, als wenn die hier gleich Drogen verkaufen um der Ecke. Ah, ist das so schlimm da oder was mit Drogen? Äh, Frankreich ist sehr schlimm, ja. Oh, krass. Wo sind die Drogen? Ey, willst du aufladbaren mit Flintnock oder einen vorbei? Nö, ich hab eigentlich gut und gut hier. Ich glaub, eigentlich die Flintnock. Ich nehm die Flintnock, ich nehm die Flintnock. Okay, mach das. Bei mir, bei mir, bei mir. Ja, ich komme, komme, komme. Ich geh da mit Flintnock hin. Der, äh, der haut ab. Ja, das ist das Solo, ne? Äh, warte, weil ich glaub, ich hatte noch einen gesehen. Ja, ja, Solo. Ich bin getroffen. Der geht zur Insel, der geht zur Insel. Siehst du da? Der geht zur Insel. Ich verfolge den. Ey, gehst du heute live? Hm, ne, heute nicht, heute nicht. Aber ich mach grad Video. Nein. Ja. Ich bin mit dir im Video jetzt. Ja, wenn du willst, könnte ich das hochladen, ja. Oh mein Gott, Alter. Ah, vor uns, einer einzelner. Oh, das wär so krass, dann nicht. Ja, ich lad's hoch dann. Hier, da sind auch noch welche. Ey, ich hab ja gesehen, äh, du hast dein Rolls Royce, dein neun. Ja. Äh, du hattest, glaub ich, noch gesagt, auf TikTok, du holst dir noch einen Urus Full Carbon oder sowas, ne? Ja, die neuen Performante, ja, ja. Wann holst du ihn? Guck mal da unten. Äh, der ist schon bestellt, der ist schon bestellt, aber das dauert halt bis sie kommen, ne, weil das ist ja neu. Ja. Und das dauert auch mal ein bisschen, bis sie geliefert werden. Komm mal hier vor mir. 37er. Sehr gut. Hit, 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 hit. Dead. Nice. Komm hier hin auf welche? Da hinten, da eine Brücke. Oh, der ist, glaube ich, die. Oh, er hat Spray, ey. Er hat Spray, ey. Oben auf dem Dach, oh mein Gott, ich gebe mir einen Headshot. Einer ist down. Ich gehe mit Flintnock. Okay, einer ist runtergefallen. Ich schieße auf. Mach das. Bei mir, sein Mate. Ja, ja, warte. Schillbreak. Schillbreak. Er ist down. Nein, 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 Stani, Stani, Stani. Easy, Bro, ich komme. Ich hole dich. Der hat Dings genommen. Oh, ich bin drin. Was? Was? Nein. Was? Komm mal, ich komme bitte. Ey, können wir doch mal zacken, bitte, ey. Ja, ja, komm, ich zock mal zur Mutter. Ey, Bro, was hat er denn gemacht, Jogi, der hat uns hochgenommen. Es gibt's doch gar nicht. Schade, komm. Warte mal. Mach bereit. Ey, nein, wir können nicht zacken. Wir können nicht zacken. Nein. Ja, okay, komm, ich sende dir eine Freundesanfrage. Oh mein Gott. Dann zock mal. Ich lade dich dann ein, oder? Oder ladest du mich ein? Ich lade dich ein. Okay, bis nachher. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.